Das Projekt Swimming Pixel wurde im Sommersemester 2021 erfolgreich abgeschlossen. Sowohl die Anforderungen als auch die Wünsche, wie zum Beispiel Musiksteuerung, wurden erfüllt. Die Endpräsentation fand am 14. Mai 2021 am Heidenplatz in Karlsruhe statt. Unsere Gruppe Swimming Pixel Gesamter Aufbau hat sich unter anderem mit der Fixierung der Pixels, mit der mobilen Stromversorgung des Routers und mit der Musiksteuerung beschäftigt. Für die Fixierung der Pixels haben wir uns für einen einfachen Ankerprinzip entschieden. Für die Stromversorgung des Routers haben wir einen passenden Akku besorgt, der über 4 Stunden lang Lightshow halten kann. Für die Musiksteuerung haben wir den Code von den Mikrocontrollern weiterentwickelt, indem wir die Funktion Lightshow 1 an den ersten 3 Minuten 20 Sekunden des Musikstückes Andante von Josef Heiden angepasst haben. Um eine genauere Vorstellung unserer Arbeit zu haben, können Sie die Dokumentation des Projektes über den Link in der Beschreibung lesen. Und jetzt lassen Sie sich durch einen kleinen Einblick aus der Endpräsentation motivieren. Und jetzt lassen Sie die Dokumentation des Routers haben, können Sie die Dokumentation des Routers haben. Und jetzt lassen Sie die Dokumentation des Routers haben, können Sie die Dokumentation des Routers haben, können Sie die Dokumentation des Routers haben.